Hallo liebe Freunde, mein Name ist Casey Rebbel. Ich bin hier gerade im sonnigen Düsseldorf und ich war gerade auf der Sonnenbank und habe jetzt einen Sonnenbrand. Aber mein Anliegen an euch ist, abonniert das Street-Magazin, was ab Juni erscheinen wird. Dort wird Perspektive geboten, Kids werden von der Straße geholt, Workshops etc. Eine Beschäftigung, dass die nicht mehr so auf der Straße rumlungern. Und ist eine coole Sache, denke ich. Das solltet ihr abchecken. Ihr solltet das Street-Magazin unbedingt abonnieren. Ihr solltet euch mein Album Revolution, solltet ihr euch vorbestellen, was am 30.05. erscheint und ab Juni beginnt dann die Street-Magazin-Reihe. So ist es halt nun mal, Freunde. Casey Rebbel. Was geht ab Deutschland? Hier ist Hama der Hama, der Killer, der Chief. Ihr solltet ab Juni das Street-Magazin abonnieren. Macht es, abonniert es. Ich werde es auch tun und immer weiter schön unsere Sachen abchecken. Bye, bye. Was geht ab, euer junger Mann? Raisin, Bowser the West. Wir sind hier live in Milan City, das geht raus an das Street-Magazin, versteht ihr, was ich meine? Das heißeste Magazin, was ihr kennt. Vergesst alle anderen. Das sind Fakten, live, keine Lügen, independent, von der Straße, für die Straße. Das Ganze wird gesponsert von meinem Bruder Fami. Gebt ihn euch. Das ist was Gutes für die Jugendlichen, das ist für einen guten Zweck, für eine Integration und diese ganzen Filme. Unterstützt das, das ist was sehr Gutes. Diverse Rap-Künstler Deutschlands sind dabei, unterstützen das Projekt. Ich bin auch dabei, der junge Manu Raisin. Hala, let your motherfucking boy. Easy. Was geht ab Germany? Mein Name ist Hammert45. Wir sind hier in wunderschönen Berlin. Gerade sieht es nicht so wunderschön aus. Aber auf jeden Fall, ich muss uns eine Info mitteilen und zwar checkt Street-Magazin an, abonniert den Channel. Geht auf jeden Fall auf die Seiten drauf. Ist für einen guten Zweck. Ihr wisst Bescheid, Leute. Geht auf die agree, Page auf auf das Zähnein an. Über die Aktuell sind die August 20. Beutetlaus